Hier spricht der Stadt Boris 1, Herr Ries. Sie sind einigem, wobei die Verordnung des Bundesratens verboten ist, die illegale Veranstaltung, beheben Sie die Demonstrationen vom Ort und verlassen Sie unverzüglich die Örtlichkeit. Bei meiner Achtung, diese Anweisung macht sich wegen Durchführung einer verbotenen Veranstaltung Strafraumfahrt zu können mit einem 3.1 Strafraumweg und der Gäste Strafraumweg die Strafraumweg. Untertitelung des ZDF, 2020